... Musik ... ... Musik ... Edward, das handelt sich dabei um Edward Maybridge, den Erfinder, den Pionier der Bewegten, der Bewegten Fotografie. Ja, dieser Film ist basiert auf ein Spiel, der ich in Kanada war. Ich war einer der Kamerassistenz zu Edward Muybridge. Es war eine fantastische Geschichte. Ich dachte, das sollte eine Geschichte sein. Das sollte ein Film sein. Vielen Dank.